hallo und herzlich willkommen zurück zu weg lego fortheit also sind jetzt hier so weit okay da hinten habe ich schon ein paar treppen hingebaut und jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier bei dächer die dinge hinbauen ob bitte weg so diese mammut projekte kann aber auch nicht anders und grounded hatte ich auch eine riesige burg gebaut okay was passt dahin der ist viel zu lang zwei jahren ja in einsatz dahin und dann noch mal für den langen richtig um ja es ruckelt immer mehr beim bauen mittlerweile waren die bäume schon wieder nachgewachsen ach falsch rum auch ein zweier hin würde passen aber sieht das denn aus jeder fällt mir nicht weil ich das nur mit einem so ein ticken besser hier nicht hier fehlt ja noch so die wand fehlt noch okay gut dann ist es nicht zu ändern hallo was wir noch weg sind ach ja verstehe muss ich doch mit 1 bauen und hier kommt noch mal eine was ist wenn die solche ausbuchtungen habe es gibt zwei verschiedene zwar nee der ist zwei mal sechs zwei mal vier zwei mal sechs passt ja hierin würde passen wenn es denn passen würden die nicht die synopsis daran hätten kommen schon jetzt hatte ich hier die benutzt so was muss hier noch mal nicht das vielleicht von hier oben bauen eventuell wo du auch von unten ist vielleicht doch besser so wo er legt das aber immer nur baumaterial in der hand habe theoretisch sie haben noch mal ein sein nur theoretisch praktisch wo sind die langen da der passt gut hier so wahrscheinlich zu breit der zweier sieht doof aus da kommt ein sein ok da kommen wir nur ein sein ich jetzt den hier zwischen ja ok hier sieht es noch irgendwie komisch aus was gehen da unten ab wie kommt denn die spinne da rein ok ja doch der baum schon wieder da benutzen wir nur die hier jetzt weil ich passen die hier besser hier wird es nicht gehen schätze ich mal weil wegen den ausbruch drungen komm schon zu lang den krieg ich hier nicht rein war ja mal wieder klar so hier unten lasse ich mal hier noch ein loch drin sieht nur so aus oh ja ich baue hier mal offline noch mal ein bisschen weiter das ist doch schon mal nicht übel mal gucken haben wir noch ein paar steinchen dann würde ich nämlich jetzt hier dicht machen und zwar so wieso passt du da jetzt nicht ran dein ernst naja gut der passt ja sowieso nicht ich nur mal stückeln ach man ähm passt er da hin auch nicht warum nicht ein anderes objekt ist im weg das muss mir mal jemand erklären warum das so ist wo geht das aber ich habe hier eine kleine lücke drin aber die dinger nicht also der stimmt ganz und gar nicht den muss ich nur mal ändern warte erstmal gucken dass ich das hier unten geregelt krieg so hier steht auch ein anderes objekt ist im weg wenn ich es so mache was ist denn im weg ach so klar äh 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 rothäule wende die nummer kleiner die die passt so auch eine lücke da ist keine lücke okidoki dann ist es nur bei dem ding ja das sieht auf jeden fall am ende so gut aus nur noch 196 stein himmel hergott das ist aber nichts das ist aber nicht gut wo war es beim oberen ja hier das ding müsste einen tiefer dann ist es so ich hatte meine gute spitzer genutzt um jetzt abzureißen man das ist jetzt ist dicht jetzt ist es dicht passt das auch hier viel besser ok ich glaube wir müssen erst noch mal stein sammeln bevor es hier weitergeht ich mache den jetzt leer den stein na ja das geht nicht und muss ich nochmal stückeln was los anderes objekt ist im weg ist da man geht auch nicht ne ich brauche eine kürzere wand habe ich sowas reicht die die reicht sehr gut nein das passt ja da auch nicht 150 steine und das machen wir auch heute noch fertig da hat er sich einfach mal umgedreht das ist ja da oben das ist jetzt schon wieder im weg ein anderes objekt das ding aber hier kann ich doch durchbauen das ist ja da oben das ist ja da oben da brauche ich noch mal ein kürzeres auch nicht der 1er passt so so ich warte da muss noch ein kurzer dran was ist denn los mit dem ding ruckelt das eben nicht mehr feierlich so muss ich das noch reparieren welcher war das er hier die letzte schräge ok hier ne ja da guckst du kannst das sein oder das ist es perfekt wird nicht mehr nicht mehr ich muss offen bleiben ich mache es trotzdem jetzt mal dicht da kann ich nämlich hier hinten weiter bauen da das dachte ich mir dass es nicht geht wegen der trappe da kann da kann Okay. Nein. Oh Mann. Ach nee. Warum dreht sich das dann immer? So. Hat was. Kommt da ein Loch drin? Hä? Das muss noch zu. So. Schön. Man kann es gar nicht so richtig überblicken, ne? Aber egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen nochmal. Bis dahin gehabt euch gut und... Tschüss. Tschüss.